So, in diesem Video wollen wir jetzt eine Conversion einrichten und zwar im Shopify und wir wollen auch das Basistracking, das Remarketing einrichten und zwar im Shopify mit dem Google Tag Manager. Ich habe ein Video hier, das packe ich hier drunter, wie man den Tag Manager ins Shopify reinbekommt. Ich habe auch ein Video, wie man das Conversion Tracking im Shopify mit Conversion Werten einrichtet. Heute werden wir das Ganze sehr straight, straight forward, straight, boah, das ist mein drittes Video heute hier oder ja, meine dritte Vorbereitung. Ich habe das hier schon zweimal versucht und zwar ist das hier jetzt das Video, wie wir es ohne Conversion Werte machen, damit es straight forward ist. Und zwar gehe ich hier auf Conversion Aktion, dann auf Website, also im Google Ads, hier oben auf Tools, Conversion, ist ganz wichtig und hier nimmst du dann Aktion, zum Beispiel Kauf. Ich nenne das jetzt Kauf, ich muss da noch etwas dahinter tun, weil bei mir gibt es das schon und ich kann jetzt die Conversion Werte holen von sozusagen meinem Tag Manager, das mache ich aber im anderen Video hier drunter. Ich gehe jetzt erstmal auf, für jede Conversion den selben Wert benutzen, gebe hier 50 Euro ein, los geht's. Einfach damit du siehst, diese Steps musst du alle machen, damit erstmal ein Conversion Tracking überhaupt da ist, auf der Seite. Genau. Manchmal ist es ja auch völlig egal, da wird dann gesagt, wir wollen erstmal nur Conversions messen und nicht den Wert. Dann gehe ich auf Erstellen und Fortfahren, das hier unten, das ist erstmal alles egal, gerade bei Shops würde ich hier auf Alles gehen und dann gehe ich auf Erstellen und Fortfahren. Das ist jetzt erstmal so das einfache Video hier, damit ich dich nicht komplett völlig überfordere mit den Conversion Werten und ich denke erstmal richtet man am besten das hier ein, dann guck mal das andere Video. Also, ich gehe jetzt hier auf Tag Manager verwenden und habe hier die Conversion ID. Die brauchen wir erstmal auch, um Remarketing einzurichten. Klingt komisch, doch, brauchen wir aber, wir brauchen genau diese ID. Das ist jetzt auch schon mal echt hier Schritt 1, deswegen, den haben wir abgecheckt hier. Wir wollen jetzt unser Remarketing Tag im Tag Manager anlegen, das Video dazu, wie wir den Tag Manager in den Shopify Shop reinbringen, das hast du hier drunter. Du hast einmal ein Analytics 4 Video, da bringen wir den Tag Manager auf die Seite, dann ein extra Tag Manager Video, also Ressourcen gibt es von mir da genug. Wir gehen hier auf ein neues Tag anlegen, dann nenne ich das hier Google Ads Remarketing, nenne die Tag Konfiguration hier oder die Tag Konfiguration ist hier eine Google Ads Remarketing Konfiguration. Hier nehme ich die Conversion ID natürlich rein, die ich jetzt hier so ein bisschen vergessen habe, genau. Und ja, das war es eigentlich schon. Die Sachen hier unten, die brauche ich gar nicht unbedingt. Wir brauchen nicht dynamische Event Daten senden, wir brauchen nicht die Datenschicht auslesen, das ist alles advanced. Schau dir da die Google Hilfe auf jeden Fall zwar an zu Google Ads Remarketing Tags, was es da alles für Daten gibt, die man übergeben kann, was man alles aktivieren kann, nicht aktivieren kann. Der Trigger hierfür ist auf jeden Fall alle Seiten, ganz einfach. Du kannst auch hier auf Plus gehen und einen Trigger anlegen, aber alle Seiten tut es und das ist auch ein Standard Trigger, der ist eigentlich immer da. Den können wir nehmen, das ist ganz, ganz einfach. Ich gehe also auf Speichern. Damit haben wir den nächsten Schritt getan. Wir haben das Remarketing Tag sogar auf die Seite gebracht, auf jede Seite, sogar auf die Danke-Seite ist es gebracht, weil dort auch unser Tag Manager sitzt. Wenn du nicht weißt, wie es auf die Danke-Seite geht bei Shopify, bei Shopify Plus geht es ja auf jede Seite, aber dann guck auf jeden Fall das Video hier drunter. Da zeige ich nämlich, wie man das in den Shopify-Shop reinbringt, auch auf die Danke-Seite. Remarketing Tag anlegen haben wir, Conversion Linker ist ganz wichtig, den vergessen wir, sonst, wenn ich das nicht jetzt sofort mache und wenn du das nicht sofort machst. Conversion Linker. Der ist ganz wichtig, um diese Tags so im Prinzip miteinander zu synchronisieren. Das ist hier dieser Tag, Conversion Verknüpfung. Hier wird es auch wieder sehr, sehr deep. Hier kannst du dir die Fragezeichen durchlesen und auf weitere Informationen gehen, aber hier gibt es echt richtig viel. Du brauchst diese drei hier erstmal nicht aktivieren. Du gehst auf Trigger, All Pages, das reicht, Check, Hammer gemacht. Super, super easy, oder? So, dann haben wir hier Testen. Es ist ganz wichtig, dass du das, bevor du das hier sendest, in der Vorschau anguckst und erstmal guckst, ob das hier sendet. Und so, Conversion Linker haben wir also auch. Hier, Conversion Linker ist also auch jetzt ein Check hinter, zack, ist ein Check. Conversion anlegen. Ja, die wollen wir natürlich auch, dass wenn jemand auf die Danke-Seite geht im Shopify, das dann sozusagen das Ganze feuert. Ich habe hier meine Danke-Seite offen, ja, beziehungsweise das ist noch die Versandseite. Ey, den will ich auf jeden Fall immer noch klicken hier, deswegen gehe ich zurück zu den Informationen. Wenn man das vergisst, immer hier draufklicken, immer da draufgehen, weil sonst testet man sich dumm und dämlich, weil dann verschwindet das da raus. Ich gehe auch weiter zur Zahlung. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie sieht denn die Zahlungsseite aus. Hier, Bogus Kreditkartendetails ist eins, ne? Bogus ist das Zahlungsgateway von Shopify zum Testen. Ich gebe hier meine Daten ein, äh, 0333111, das passt, das muss dreistellig sein hier, das muss in der Zukunft liegen. Oh ja, und hier muss ein Name rein. Da sind sie aber sehr kritisch. Das ist das erste Mal, dass ich das nicht komplett ausgefüllt habe, ey. Und das gerade natürlich wieder im Video. So geil. So, jetzt haben wir das hier, jetzt bezahlen, jetzt gucken wir uns mal die Bestellbestätigungsseite auch an. Es ist einfach. Das ist mir völlig klar, dass wir hier diese Bestellbestätigungsseite unter Konfigurieren mit Checkout, dass wir das konfigurieren können, und zwar, dass wir hier ein Event in die Datenschicht senden können. Machen wir ja hier auch. Aber viele von euch haben vielleicht die Standard, ähm, ja, die Standardkonfiguration des Techmanagers. Wir können hier sogar zusätzliche Events senden. Wir können hier sagen, Checkout Complete, sowas wie Kauf. Zack, dann hätten wir jetzt hier ein Kauf-Event. Zack, ähm, Runde Klammer, Klammer, die Klammer und dann Semikolon. Ähm, damit hätten wir sogar noch ein Event jetzt hier in der Datenschicht. Kauf. Dann könnten wir uns da ran binden. Dann könnten wir sozusagen hier sagen, hier drüben, wenn wir jetzt sozusagen das Tag gleich einrichten, könnte ich auf Neu gehen. Und bei Trigger könnte ich dann hier sagen, äh, Checkout-Ergebnis ist Kauf. Weil ich sozusagen in dem Moment dieses Datenschicht-Ereignis in die Datenschicht sende durch das, was ich gerade gemacht habe. Wir können aber auch einfacher arbeiten. Ja, wenn du jetzt sagst, Malte, ich will meine Datenschicht jetzt nicht so aufblähen, was ich verstehen kann, und du hast hier den Standard-Google-Tag-Manager-Code. Okay, mach das so. Dann machst du folgendes, und das geht immer, das ist mir nämlich wichtig, dass wenn du jetzt den Conversion-Tag, den Google-Ads-Conversion-Tag anlegst, dass du dann hier unten als Trigger folgendes wählst, und zwar Danke-Seite. Trigger-Konfiguration, Seitenaufruf, einige Seiten, enthält. Ja, warte, und zwar hier brauchen wir ein bestimmtes Feld. Das ist Page-Path. Das weiß ich jetzt, weil ich das Ganze schon mal im Test getestet habe. Also, ich meine in dem Test, wo ich hier auf Vorschau testen gehe. Ja? Wenn ich auf Vorschau testen gehe, dann kann ich mir genau die Datenschicht angucken. Das machen wir auch gleich. Da werde ich dir dann zeigen, warum ich weiß, dass es Page-Path ist, der hier Thank-You drin haben soll. Und zwar hier enthält Thank-You. Yes. Genau. Und die Tag-Konfiguration ist natürlich hier Conversion-Tracking. Und hier machen wir es jetzt genauso wie beim Remarketing. Hier kommt die Conversion-ID rein. Und das Conversion-Label kommt hier rein. Ganz wichtig. Das wird also jetzt immer ausgelöst, sozusagen, wenn die Danke-Seite aufgerufen wird. Ich könnte mir auch hier den Conversion-Wert aus der Datenschicht holen. Das mache ich, wie gesagt, in einem anderen Video, wo ich mir das Ganze aus der Datenschicht raushole. Das Video ist hier drunter. Das ist mit Conversion-Werten. So, wenn ich dann hier auf Speichern geklickt habe, ne? Und auch da hast du gesehen, da gab es noch viel mehr Einstellungen. Aber die meisten Einstellungen sind nicht so wichtig, dass ich wirklich jede Einstellung hier durchgehe. Dann wäre das Video drei Stunden lang und du wärst immer noch nicht fertig mit deinem Conversion-Tracking. Also, Conversion anlegen und jetzt kommt das Testen. Jetzt gehe ich auf In-Vorschau ansehen und auch die erkläre ich in einigen Videos hier von mir. Du musst hier deine Domain eintragen, gehst auf Connect, kannst auch einen Deep-Link nehmen, dass du direkt zum Beispiel zu deinem Kaufprozess weitergeleitet wirst. Ich mache es gerne so, packe jetzt mein Test-Produkt hier rein und ich habe hier jetzt das hier connected mit meinem Tab hier drüben. Das erkenne ich immer an dem Symbol. Ich gehe hier auf jetzt kaufen, ja, speichere wieder meine Informationen für immer und ewig. Und jetzt komme ich eigentlich ganz gut mit Enter voran hier. Äh, doch nicht. Genau. Jetzt Bogus-Gateway 1. 23. Enter. Jetzt zahlen. Check, 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 jetzt kommt hier drüben das rein. Die Limitierung im Tech-Manager ist ja, dass ich sozusagen jetzt auf dem Test-Produkt war, der Checkout leer gelassen wird, ist aber nicht schlimm, weil der ist geil bei Shopify, da brauchen wir nicht ewig rumtesten. Und jetzt haben wir hier sozusagen die Bestellbeschädigung, wo auch der Tech-Manager feuert. Wir haben den Conversion-Linker, der feuert, wir haben die Conversion, die feuert, wir haben die Basis, die feuert. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was werden hier für Daten übertragen, und zwar sehe ich hier bei Checkout Complete ganz gut in der Datenschicht, das zeige ich aber ja im anderen Video über Google Analytics 4, dass hier Daten übertragen werden, die ich dann auch abhorchen kann. Wie gesagt, da ist auch das andere Video für da. Und ich sehe vor allen Dingen, dass die Conversion hier feuert ins Google Ads. Hier werde ich ganz oft gefragt, Malte, warum zählt meine 1 hier drüben, wenn ich jetzt hier rübergehe? Wie gesagt, hier Punkt 2 haben wir übrigens auch gemacht, hier kann ich einfach weitergehen. Warum zählt die 1 hier nicht hoch? Das Wichtige ist, und ich kenne keine Lösung, kommentiere es hier drunter, wenn du eine Lösung kennst. Die 1 zählt nur dann hier hoch. Also die Conversions zählen nur hoch, wenn jemand über eine Anzeige hier drauf geht. Du kannst das für Kunden nicht komplett testen. Du musst einem Kunde sagen, oder einer Kundin, ich garantiere dir, dass es geht. Und wenn diese Zahl nicht hoch geht, wenn die Ads geschaltet werden, dann werde ich nachbessern. Das kannst du ja vertraglich oder im Angebot festhalten. Du kannst zu dem Kunden nicht hingehen und sagen, es geht 100%. Das ist einfach so. Google gibt uns nicht die Möglichkeit, das hier richtig zu testen, dass das hier hoch zählt, weil selbst wenn ich das jetzt tausendmal durchspiele und tausend Testkäufe mache und tausendmal das hier oben feuert, dieser Tag. Ich kam nicht über eine Ad. Ich kam einfach nicht über eine Ad rein. Hier müsste, damit das weitergeleitet wird, müsste, warte, dafür gehe ich hier auf Checkout Complete, da habe ich hier die GA4-Conversion, hier unter Seite geladen. Wo haben wir es hier? Ich muss jetzt gucken, wo feuert denn das? Warte, wo feuert denn hier die GA4? Nicht die GA4-Conversion, sondern die Google Ads-Conversion, die feuert bei Container Loaded, genau. Und wenn ich dann draufgehe, hier auf Google Ads-Conversion Tag, dann sehe ich, die feuert hier auf Thank You, aber wenn ich mir mal hier so die Variablen angucke und mir angucke, was hier so die Daten sind, die übertragen werden. Aber was in dem Fall einfach nicht stimmt, ist hier unter Variables, dass ich hier zum Beispiel sowas sehe wie Referrer und das ist eben mein Shopify-Shop und das ist nicht Google Ads. Wir haben da keine Google Ads, GID-Parameter. Das fehlt einfach alles. Das ist einfach ein organischer Kauf jetzt gerade und deswegen zählt diese Eins hier nur dann hoch, wenn ich wirklich, wenn wirklich jemand über einen Banner kommt und kauft, wenn wirklich jemand hier eingibt, Schuhe kaufen und klickt dann so hier auf die Ad. So, hast du meinen Klick gehört? So, wenn er so klickt, laut klickt, nee, leise klicken geht auch, aber erst dann zählt das Ding hier hoch. Das werde ich nämlich ganz, ganz oft gefragt bei Insta. Wenn du Fragen hast, du kannst mich auch bei Insta anschreiben. Hier ist mein Insta-Handle. Zum Thema Datenschutz. Das ist auch nochmal wichtig. Du musst natürlich in deiner Datenschutzerklärung erwähnen, was hier los ist, was hier passiert, was du trackst, warum du trackst und schau dir auf jeden Fall mein Video an, wie ich so einen Cookie-Banner einrichte und schau dann an, ob es schon funktioniert und welche Cookies du alle sperren musst, wenn ich mal hier auf nur Essenzielle gehe, dass dann eben nicht der Google, dieses, dass dann das nicht gefeuert wird. Hier zum Beispiel sehe ich jetzt, jetzt feuert hier gerade gar nichts, auch kein Google Tag, wenn ich jetzt mal hier unten draufgehe, auf alle akzeptieren und ich lade mal hier neu, das ist jetzt mal ein positiver Vorführeffekt, dann kommt jetzt gerade auch noch kein, ja, kommt nicht, weil ich es wahrscheinlich nicht veröffentlicht habe, ne? Ist jetzt ganz wichtig, wenn ich mal hier drüben draufgehe und ich gehe mal in dem Tab hier drauf, hier gucken wir uns das auch nochmal an, so, jetzt gehe ich mal hier oben nochmal auf Enable, lade neu, das ist der Google Tag Assistant Legacy hier, ne? Hier habe ich jetzt Global Site Deck, Tag Manager, Tag Manager, Tag Manager, Google Ads Remarketing, ganz wichtig, der hier, der soll natürlich auch nicht feuern, wenn ich hier auf nur Essenzielle gehe. So, jetzt lade ich nochmal neu, so, Tag Manager feuert, ist okay, sendet so auch keine Daten, der feuert, weil, ja, warum feuert der? Der darf eigentlich nicht feuern, ne? Ich sage ja, die Banner hier, die sind sehr, sehr, sehr schwer einzustellen, hier muss ich wirklich gucken, dass der nicht feuert. Dann habe ich den Google Ads Remarketing. So, ich jetzt nochmal lade hier, ja, jetzt geht's, ne? Guck mal. Ja, das ist eine Schwierigkeit, vor allen Dingen, wenn die vorher da waren. Aber man sieht jetzt auf jeden Fall, der feuert auch noch, also hier feuert noch viel zu viel dafür, dass ich auf essentielle Cookies gehe. Da siehst du wieder, ey, man muss drauf gucken, dass man das Cookie-Banner hier auch richtig, richtig einstellt, dass man später noch Cookie-Richtlinien, wenn man hier irgendwas ändert, hinzufügt, dass auch diese Cookies gesperrt werden, dass das Ganze hier nicht feuert. Oder, das ist auch ganz wichtig, ähm, da gibt es noch weitere Varianten, mit denen ich mich beschäftigen werde. Du kannst ja deine Lieblingsvarianten hier drunter kommentieren, wenn du eine Variante kennst, und zwar, dass man eben den Trigger nicht auf alle Seiten macht, sondern auf eine Trigger-Gruppe, wo man sagt, bitte hole ich noch ein Cookie ab oder ein Event, das nur dann feuert, wenn jemand im Cookie-Banner hier drauf geht und sagt, nur essentielle Cookies aktivieren. Das ist aber hier eine Einrichtungssache, das dauert Stunden, ich hoffe, du gibst mir Recht dafür, dass es Stunden dauert, gib mir dafür ein Like, ich weiß das selber, es ist nicht einfach so ganz schnell gemacht, vor allen Dingen nicht bei Shopify. Bis dann, dein Malte. Beide. Keine. Keine. Musik Untertitelung des ZDF, 2020